Musik Ich bin die Therese Ich bin die Selina Polczyk Selina Pescht Sandra Regina Mein Name ist Michael Müller Maik Arlenknoch Lara Klaus Mayer Thomas Kessler Jonas Gump Irina Hannes Florian Bischof Ui Wir bieten verschiedenste Ausfahrten an Also wir haben die vier Ausfahrten, die normalen mit Skikursen Bambini-Kurs Kids Camp, Junior Camp, Tagesausfahrt Ladies Day, Ischgl-Ausfahrt Die Mittwochs-Ausfahrten und die Abschlussfahrt Ja, wie viele sind das? In Summe sind das Also was werden es sein am Ende des Tages? Zehn verschiedene Programmpunkte Was macht unser Team aus? Wir sind eine Gruppe, die aus sehr vielen verschiedenen Personen besteht Ja, schon junger Haufen sind, gepaart mit einigen erfahrenen Leuten, die schon länger dabei sind Und bei denen auch ich Skifahren gelernt habe und ich finde, das macht ein gutes Team aus, die Mischung Unser Team beim KSV macht aus, dass man mit jedem einfach Spaß haben kann Wir sind immer füreinander da Und das ist, dass man im Laufe des Jahres jetzt immer wieder die Älteren, wo wir ja dazugehören noch, mit Jüngeren auffüllt hat Und ich finde, dass viele neue Ideen hinzukommen, raus aus dem, ja, aus dem All oder aus dem Trotz so ein bisschen, wie vielleicht auch immer irgendwas war Man muss auch Dinge neu probieren und neu machen und ich denke, da macht es die gesunde und gute Mischung aus Mir ist im Unterricht wichtig, dass ich jedes Kind da abhole, wo es ist Im Vordergrund steht eigentlich auf die Bedürfnisse von den Kindern einzugehen Insverständnisvoll rüberbringen, die Kinder Spaß haben Heißt, dass die Kinder sich auch irgendwo austoben können, dass man mit Spaß lernen kann Freundlich sein, die Sicherheit auf den Skiern lernt Die Bewegung in der Natur und vor allem im Winter im Schnee rüberbringen kann Am Ende vom Tag oder am Ende von unseren Christen immer was gelernt haben Der KSV ist für mich die Brücke zur Heimat Ich wohne nicht mehr in Unterkirchberg, aber durch den KSV, durch die Skischule komme ich jedes Jahr, zumindest im Winter, immer nach Hause und treffe die Freunde Der KSV, beziehungsweise unsere Skiabteilung, ist im Prinzip, ja, eine große Familie Es sind jedes Jahr die gleichen Gesichter dabei, man kennt sich jahrelang und das macht es irgendwie zu einem sehr vertrauten Umfeld Es ist so ein bisschen Familie Wir sehen uns zwar irgendwie nur einmal im Jahr für vier Ausfahrten meistens Aber es ist wie immer, wenn wir uns wiedersehen, ist es gar nicht so, als hätten wir uns so lange nicht mehr gesehen Es wird immer bezeichnet als mein Baby, als mein Kind eigentlich Doch, OF COSTSE Und das ist der dynasty proória Aqui Wir sehen uns immer wieder drin, dass wir uns wiedersehen, weil wir uns wiedersehen ob